Wir sprechen heute über die Fütterung. Und zwar nicht nur über einzelne Futtersorten, sondern das ganz allgemeine Thema. Warum fütter ich? Wie soll ich füttern? Welche Futtersorten gibt es? Also einmal so ein richtiger Rundumschlag um das Thema Füttern. Denn wir Aquarianer und Aquarianerinnen, wir können ja nicht mit dem Tier Gassi gehen. Wir können nicht streicheln, wir können es nicht lieb haben. Der einzige Kontakt, den wir haben, ist der hier. Füttern. Ja, es geht um Füttern. Und damit wir uns so langsam einmal durch die ganze Thematik durchhangeln können, hier ist unser Fisch oder unsere Fischee. Und es gibt so ein paar Grundregeln. Und über die wollen wir heute sprechen, damit man mit seinem Aquarium richtig viel Spaß hat und auch alles richtig macht. Tipp Nummer 1. Wie oft soll gefüttert werden? Wir empfehlen als erstes zweimal am Tag und zwar ganz wenig. So viel wie ungefähr in einer Minute aufgegessen wird. Denn der leichte Hunger ist der biologische Normalverstand. Das war Tipp Nummer 1. Tipp Nummer 2. Welche Futtersorten gibt es alles? Da können wir differenzieren zwischen zum Beispiel, ich versuche jetzt mal aus der freien Hand einen Wasserfloh zu malen. So. Lebenfutter. Das ist natürlich das allerbeste, weil damit bringe ich dem Fisch erstmal artgerechtes Verhalten wieder näher. Der darf jagen. Die Enzyme, die im Futter sind, in dem Darm, die sind auch wieder gut für den Darm des Fisches. Also einmal im Monat, zweimal im Monat Lebenfutter ist super. Gibt es auch in kleinen Tütchen aus Aquakulturen überhaupt kein Problem. Zweites ist das Frostfutter. Das sind im Prinzip eingefrorene Lebenfutter-Varianten. Gibt manchmal eine kleine Reklamation zu Hause im Frostfutterschrank, wenn daneben der Spaghetti Bolognese auf einmal die roten Mückenlarven auftauchen. Aber da muss man sich halt im Vorfeld absprechen. Dann sogenanntes Flockenfutter. Und da ist der Name Programm. Das Futter ist ganz dünn. Eine Dünnschicht Quellflocke. Die saugt sofort Wasser auf und dadurch habe ich natürlich den Effekt, dass die Fische das sofort einmal einschlürfen können. Funktioniert wunderbar. Dann haben wir Granulatfuttersorten. Kleine Körnchen, die aus ähnlichen Substanzen, Inhaltsstoffen bestehen wie die Flocke. Jedenfalls bei uns. Und Granulat hat halt den Vorteil, dass nicht so viel, wenn der Fisch nach der Flocke schnappt, irgendwo im Aquarium verteilt wird, sondern der nimmt Körnchen für Körnchen auf. Ganz wichtig bei Granulat, auf die Granulatgröße achten. Weil je größer das Granulat, desto schlechter kann der Fisch es aufnehmen. Und achtet darauf, dass ihr Softgranulat nehmt. Denn der Fisch kann es einfach einfacher fressen. Der denkt nicht, das ist ein Stein und spuckt es im Endeffekt wieder aus. Dann gibt es Tabletten und Chips und Wafers und wie sie alle heißen. Das sind Futtersorten für bodenbewohnende Fische. Das geht nach unten. Da unten frisst der Fisch oder die Fische. Ganz wichtig bei allen Futtersorten. Die Größe muss zum Fisch passen. Bei Granulatfutter gibt es so eine Richtlinie. Granulat sollte ungefähr maximal so groß sein wie das Auge des Fisches. Gerne aber auch kleiner. Denn ein großer Fisch schnappt halt zwei, dreimal zu und ist dann auch satt. Je kleiner, desto einfacher kann der Fisch die Granulatfutter aufnehmen. Und dann gibt es noch die große Reihe an Spezialfuttermitteln, wie zum Beispiel farbverstärkendes Futter. Denn unsere Fische sollen ja super aussehen. Und wenn wir die mit farbverstärkenden Futtern ernähren, dann ist das besser für die Optik. Wie erkenne ich jetzt, ob ein Fisch zu dick, zu dünn oder genau richtig ernährt ist? Das ist im Prinzip ganz einfach, wenn wir mal den Fisch ein bisschen röntgen. Wir röntgen den jetzt. Und dann können wir hier feststellen, dass hier die zentrale Rückengräte ist. Hier oben gehen kleine Fortsätze ab. Und hier unten gehen die größeren Fortsätze ab, die im Prinzip den Bauchraum im vorderen Bereich wieder eine Art Rüstung umschließt. Hier hinten hat der Fisch weniger. Das heißt, ist er zu dünn, dann fällt im Prinzip hier der Bereich ein. Die sind dann richtig eingefallen. Und wenn aber die Bauchlinie so läuft wie bei dem hier, dann können wir davon ausgehen, der Ernährungszustand ist optimal. Denn der leichte Hunger ist der biologische Normalzustand. Und andersrum genau das Gleiche. Wenn die Bauchlinie so läuft, dann können wir davon ausgehen, der Kollege hat eindeutig zu viel auf den Gräten. Ja, das ist der Ernährungszustand. Also wie gesagt, eine schöne gleichmäßige Bauchlinie. Nicht eingefallen, nicht nach außen ausgebeult. Dann ist der Fisch richtig ernährt. Zum Thema Ernährung. Ich habe ja hier einmal die verschiedenen Futtermöglichkeiten aufgeführt. Eine ganz große Bitte, abwechslungsreich füttern. Lieber kleinere Gebinde kaufen. Und dafür zwei bis drei Varianten. Damit man den Fisch abwechslungsreich ernähren kann. Es gibt sogenannte Hauptfutter und aber auch Spezialfutter. Und da sollte man einen kleinen Mix machen. 60 Prozent der Ernährung übers Hauptfutter. Den Rest mit den Spezialfuttermitteln. Weil wir wollen ja auch nicht jeden Tag das Gleiche essen. Wo ein Fisch im Wasser zu Hause ist und wie er sich ernährt, kann man zum Beispiel schon an den Maulformen ablesen. Fangen wir mal von unten nach oben an. Fische, die in den unteren Wasserschichten leben, die haben ein sogenanntes unterständiges Maul. Das heißt, die können besser von dem Bodengrund fressen und müssen sich dafür nicht so energiereich hochstellen, sondern können schön flach über dem Boden fressen. Dann gibt es die sogenannten endständigen Mauler. Da sind Ober- und Unterkiefer ungefähr gleich. Das heißt, die essen im Prinzip das, was vor ihnen ist. Und dann gibt es noch die sogenannten oberständigen Mauler. Die fressen im Prinzip von der Wasseroberfläche. Die drei Maulformen unterständig, endständig, oberständig gibt es. Und daraus kann man auch dann die Ernährungsweise ableiten. Zum Beispiel unterständig, klassischer Fall, Panzerwälse. Oder endständig, ganz viele Zichliden haben endständige Mauler, weil die halt Räuber sind. Das passt ganz gut. Oder ein oberständiges Maul. Viele Kerbflinge nehmen gerne von der Oberfläche Nahrung auf. Oder der beliebte Kammfisch, der nimmt auch gerne von der Oberfläche und hat ein oberständiges Maul. So kann man anhand der Maulform erkennen, was frisst der Fisch und wo. Das ist unsere Übersicht zum Thema Futter, zum Thema Ernährung. Ich möchte euch noch unser Futter-Video ans Herz legen. Da haben wir mal richtig das Dennerle Fischfutter beleuchtet und auch auf Herz und Nieren geprüft und auch gezeigt, wie man im Video Softgranulat und hartes Granulat unterscheiden kann. Jetzt noch eine ganz wichtige Sache. Man kann Fehler machen beim Füttern. Da wollte ich auch noch mal kurz drauf eingehen. Da gibt es den schlimmsten Fehler. Fehler Nummer eins. So, Nummer eins Fehler ist einfach zu viel. Der leichte Hunger ist der biologische Normalzustand und je mehr ich oben rein stopfe, desto mehr kommt unten raus. Das heißt, mein Aquarium wird mit Nährstoffen zu stark versorgt und kann schlussendlich eine Algenplage entwickeln. Darum bitte wenig füttern. Schöne gerade Bauchlinie. Alles wunderbar. Fehler Nummer zwei. Der Fehler Nummer zwei. Der leitet sich im Prinzip aus dem Fehler Nummer eins ab. Ihr wisst das. Ihr habt das Video gesehen, Bücher gelesen, ihr habt euch im Internet schlau gemacht. Ihr wisst, dass man nicht so viel füttern soll. Jetzt kommt die Urlaubsvertretung. Die Urlaubsvertretung kennt sich erstmal nicht aus. Im Normalfall. Und die Urlaubsvertretung, die findet die so süß und füttert die jedes Mal, wenn die nach oben kommen. Also die meisten Aquarien, die im Urlaub verunglücken, die werden einfach totgefüttert. Also eine Woche lang ist es überhaupt kein Problem. Ein vernünftig eingefahrenes Aquarium hält locker eine Woche aus. Nichts machen. Einfach wunderbar weiterlaufen lassen. Ganz im Gegenteil. Häufig sieht das Aquarium nach der Woche besser aus als vorher, weil vielleicht hat man ja doch ein bisschen zu viel gefüttert. Wenn man mal 14 Tage unterwegs ist oder zehn oder elf Tage, dann kann man einfach Seemandelbaumblätter nehmen. Und diese Seemandelbaumblätter liegen unten auf dem Grund. Und die fangen an, sich zu zersetzen. Und das ist ein ganz beliebtes Garnelen- und Fischfutter. Das ist auch eine schöne Ferienfuttergeschichte. Wenn ihr einen Menschen beauftragt, dann nehme ich sogar für diesen wichtigen Fall ein neues Blatt. Wenn ihr einen Menschen beauftragt, für euch das Aquarium zu füttern, ihr müsst ihm das ganz genau aufschreiben. Im Idealfall schreibt ihr ihm auf einmal pro Tag. Und dann malt ihr hier einen kleinen Kreis. Und in den Kreis streut ihr das Futter rein, was sie an einem Tag eurer Meinung nach fressen sollen. Dann am besten noch einen Tesafilm oben drüber kleben, dass es nicht weg kann. Denn er macht einmal Fenster auf beim Blumengießen und dann ist es weg. Also einmal am Tag Kreis, Futter rein, Tesafilm drüber. Und dann weiß der Bescheid, was der euren Fischen geben soll. Ganz, ganz wichtig. Ja, das war unsere kurze Übersicht zum Thema Fische füttern, Aquarium füttern, weil eigentlich muss man sagen, es ist immer das Aquarium, was gefüttert wird, weil wir bröseln ja energiereiche Substanzen rein. Wir haben gelernt, nur zweimal am Tag füttern, ganz wenig füttern, wie viel in einer Minute gefressen wird. Abwechslungsreich füttern, aus den verschiedenen Sorten sich was aussuchen. Kleine Gebinde lieber kaufen, als dass man mit der Literdose endlos eine einzige Variante füttern. Wir haben noch gelernt, Fehler 1 ist zu viel füttern, Fehler 2 ist der Urlaub. Da hilft der nette Mensch, der füttert häufig nicht, er killt ja das Aquarium. Und eigentlich Fehler Nummer 3, falsches Futter auswählen. Und da möchte ich nochmal auf unser Futtervideo hinweisen, denn wir haben in unserem Futter kein Fischmehl, denn die meisten Fische sind keine Fischfresser, sondern wir haben das, was in der Natur auch von den Fischen gefressen wird. Schaut es euch an und klickt unten auf die Glocke, abonniert uns und bis zum nächsten Mal.